Oh, was ist das denn? Eine Klappe? Oder würde nicht viel Sinn machen. Sieht aber irgendwie so merkwürdig deplatziert aus. Das Ding, das Ding. Wir sind zu fett, um da durchzukommen, ich seh schon. Haben wir hier noch irgendwas? Oh, jetzt muss ich hier vielleicht dann rein, um das Feuer anzuzünden. Hm. Okay, gucken wir mal, wenn wir denn überhaupt oben groß langlaufen können. Okay, wir können nur da lang. Aber warum können wir das? Sieht für mich wirklich so ein bisschen aus. Wie ein Weg, den wir gehen müssen. Nachdem wir das Feuer angezündet haben. Oder wir müssen die Zeichen finden und müssen dafür auch aus Dach klettern. Und wir müssen die Zeichen finden. Warum hast du deine Gäste? Senua. Ich war ein Mann von Wissen. Nicht ein Krieger. Um zu überleben, habe ich Dinge gemacht. Schlimmer Dinge. Wie du, Senua. Der Mann, der ich damals war, hat sich sterben. Und wenn das passiert, sogar die Gäste, die du wehrst, können mit dir sterben. Kann man sich das noch nachträglich einstellen, dass sie tatsächlich die ganze Zeit läuft? Ich glaube, das ist eigentlich ganz angenehm. Okay, irgendwo ist das R. Huch, nein, das wollte ich nicht. Ja, ja. Ach, wir sind schon wieder zu fett. Oder ich muss dafür tatsächlich jetzt da hoch... Es muss ja irgendeinen Sinn haben, dass ich da hochgehen kann. ... Dass ich irgendwie nur von hier aus sehe. Ah! Sehr gut. Äh? Hier runter? Ich frag mich echt, warum wir nicht springen können. Das würde so vieles leichter machen. Aber wenn ich jetzt da durchkomme, was ist dann... Oder ist es der, durch das wir gekommen sind? Macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Wir sind von da hinten gekommen, oder? Ah, ist da hinten das Feuer durch die Tür, oder? Weil hier ist ja keins. Nee, ich seh schon. Eisi, eisi. Huch, was mach ich denn? Ich war grad kurz geistig etwas abgelenkt. Manchmal funktioniert das irgendwie nicht so richtig. Ist das falsch? Ah, jetzt. Ich habe noch eine Ahnung. He väntet mich ganz echte! Wir sind von der Riff. Das ist falsch. Ich würde den Drauf mit dem Telefon zurückziehen. Ich würde den Dr. K性se. Ich würde den Dr. K性se. Hör keine Ahnung. Ich wollte doch wieder zurücklaufen. Zählt das auch? Ja, das zählt. Verdammt. Naja, gut. Naja, gut. Ich glaube, ich bin eben geschwebt. Huch, das wollte ich nicht. Huch, das war. Huch, das war. Huch, das war. Huch, das war. Huch, das war ein bisschen so viel schneller rüber. Ah, ja, natürlich. Kann ich jetzt super gut gebrauchen. Ich muss aufpassen, dass die Michael nicht versehentlich ins Feuer drängen. Oh, jetzt stirbt doch endlich. Alter. Wo muss ich denn hin? Meine Nerven. Meine Nerven. Mann, 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 was für eine peinliche Performance. Mann, 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 Mann. Naja. Aber ich spiele tatsächlich nicht so häufig solche Spiele. Sollte ich vielleicht tatsächlich häufiger mal tun? Soll ich darunter? Und nicht darüber? Oder ist darüber der offensichtliche Weg? Also darunter der offensichtliche Weg? Und darüber der nicht ganz so offensichtliche? Da ist ein Tor. Und da ist ein Tor. Natürlich. Und da ist es so, dass die Ragnarok auf den Sons von Muspel gehen werden in den Schiff, der Nagelfahr, der Korps-Shill. Und wenn die Sons von Muspel gehen und gehen in den Schiff, dann wird es so, als ob die Flüge sich öffnen. Und Surt wird sie. Wie viele von diesen Stages haben wir eigentlich noch? Ganz ehrlich, ich finde es ein bisschen repetitiv, dass ich jetzt hier irgendwie, das wäre jetzt schon das dritte Mal, dass ich irgendwas anzünden muss und weglaufen. Und dann werden vermutlich noch mehr Gegner kommen. Und wenn ich das dann jetzt nochmal machen muss, ist das vielleicht ein bisschen arg heftig. Kann ich die aufmachen? An der Seite? Nö. Naja, gut. Dann gehen wir jetzt da runter, lassen uns sagen, dass wir ein neues Feuer finden müssen. Ähm, das weiß ich, ich werde vielleicht erstmal da hochgehen. Erstmal gucken. Ach Gott, das ist hoch. Da ist noch so ein Korb. Naja, gut. Also vermutlich muss ich jetzt wieder finden, das Feuer. Dann muss ich da hinten zur roten Tür. Dann muss ich das Zeichen von der roten Tür finden, um dann das Feuer zu finden, um dann wieder durch ein brennendes Meer zu laufen. Und am besten vielleicht noch hier tatsächlich durch die ganzen Gebäude durch. Weil es ja so gar nicht, äh, Dingens ist, ähm, verwirrend. Und dann tauchen irgendwie 20 Gegner auf. Ähm. Bin ich zu nah? Bin ich nah genug? Ah, jetzt. Ach, drei Zeichen müssen wir finden. Sehr schön. So, dann gucken wir doch mal. Oh, das ist ja. Ja. Wie war es? Ja. Ich bin jetzt nicht mehr inwesendet. Ich habe es nicht mehr inwesendet. Zu den Füßen, ich hatte es, um es zu erreichen. Ich habe es nicht zu erreichen. Ich habe es sicher in anderen. Ich habe es auch in Ihren Zordern. Ich habe es nicht zu sehen. Und so, bei einer Reine, Wenn ich meine Chance habe, dann bin ich, dass sie nicht folgen würden. Ein Mann ran in den Feuer. Sie haben mich geblieben. Vielleicht waren sie richtig. Aber hier bin ich. Freie. Ich bin glücklich, dass ich dich in den Wilden gefunden habe. Ich hätte es nicht ohne dich gemacht. Hm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es hier oben irgendwo finden. Hm. Das verstehe ich auch falsch. Hier wird es schwächer, habe ich den Eindruck. Wo könnte das sein? Ein Berg irgendwo? Da bin ich doch auf dem Holzweg. Ohohoho. Hier ist ja gar nicht so viel Holz. Hm. Im Himmel. Hm. Okay, vielleicht gucke ich doch erstmal unten. Und wenn ich jetzt noch länger hier oben stehe und mit der Kamera drehe, dann wird mir wieder schlecht. Hm. Hingucken wir vielleicht erstmal unten. Nach den anderen Dingern. Vielleicht bin ich ja auch wirklich falsch. Wie komme ich da nochmal rein? So. So. Das haben wir. Jetzt habe ich den Eindruck, es wird wieder schwächer. Jetzt stärker. Hm. Hm. Ah. Mich? Ah ja. Eher anderswo. Ah ne, doch. Dann daneben kann ich nicht hochklettern. Die Tür kriege ich nicht auf. Also nochmal komplett zurück. Muss das doch irgendwo da oben sein. Okay, ich wollte mal gucken, ob man das auch sieht, welche man schon gefunden hat. Also im Übrigen glaube ich, diese Option an-aus macht es, dass ich nur ähm LB antippen muss und dann schalte ich das sozusagen an und wenn ich es wieder antippe, schalte ich es aus. Ich glaube, ich glaube, das ist eigentlich das einzige, was dieses, dieses Rennen an-aus macht. Hm. Aber wo ist es? Hier irgendwo? Ich sehe aber auch gerade nichts, was irgendwie passt oder bin ich gerade blind. vermute ich es, sonst hätte ich es ja schon gefunden, aber... Hm. Das hier sieht so verdächtig aus, aber... Hm. Ja, da hinten ist es. Hö, hö, hö. Entschuldigung. Ähm. Kannst du nicht mehr.